Hallo meine Pokéfreunde und Pokenenten! Willkommen zu einer weiteren Runde Spongebob! Der Film für den Gameboy Advance. Wir sind hier stehen geblieben, hier in der vierten Welt. Soweit ich weiß, bin ich bis Anfang fünfte Welt gekommen und es gibt noch eine sechste Welt. Und weiter bin ich nie gekommen. Und dieses Display, da werden wir es schaffen. Aber erstmal müssen wir noch wie vierte Welt bestehen. Der Graben heißt die Welt nämlich. Und wir fangen an mit dem ersten Level. Oh no, sorry. Zum Glück habe ich euch erwischt, bevor ihr in diesen gefährlichen Graben abgetaucht seid. Schließt eure Augen, ich werde euch mit meiner Meerjungfrauenmagie in Männer verwandeln. Nun ist es an der Zeit, die Männlichkeit unserer Schnurrbärte freizusetzen. Im Film, da haben die einfach so Seelgras anstatt so richtige Bärter. Das ist heute Fake-Better. Stufen der Angst heißt das Level. Und ich weiß, diese Welt, die war komisch. Äh, ich hab die Welt nicht verstanden. Ich bin irgendwo hingegangen, hab es dann geschafft zufällig. Und ich bin, glaub ich, schon tot. Kann das sein? Nicht! Hä, ich hab's noch zugetraut. Ja, also die Welt, die wird schwierig. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo es hingeht oder was ich machen soll. Warte. Hier müssen wir ne Stampe-Tapete bestimmen. Ja, ja. Ich bin jetzt direkt nach der letzten Folge auf so gesehen. Und deshalb könnte ich jetzt nicht irgendwie sowas wie Kommentare lesen oder so. Naja, tut mir leid. Spuum. Was ist das denn, meine? Soll das Fake-Garry sein oder was? Was sollte das? Oh, oh. Ah, ich hab Angst. Ach, ich wollte fliegen. Also so mit Patrick gleiten. Genau. Genau. Ja, so. Egal. Ähm, ich glaub hier geht's lang. Ah, von hier sind die Gegner. Ach so. Oh. Ja. Geil. Ist das, ist das denn ernst? Wenn jetzt nix ist, ne? Also. Nein. Aber was ist das hier für ein Blödsinn? Ach was. Ach was. Ja, ja. Sei doch leise. Ja, ähm, ich freu mich, wenn viele neue Zuschauer dabei sind und gucken. Weil, vor allem freut mich ist, freut es mich, äh, wenn Leute hier dieses Let's Play angucken, ein ungein Spiel, was viele nicht kennen. Die wenigsten kennen es. Und gerade deshalb, das macht mich so ein bisschen fröhlich. Dass sie halt auch kennen, dass sie dieses Spiel zumindest kennengelernt haben ist so. Weil das Spiel ist echt richtig cool. Wenn man, wenn, 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 ja. Doch, eigentlich schon. Hier haben wir das, äh, das Leben haben wir jetzt schon wieder drin. Also von daher passt eigentlich alles. Lass den jetzt rollen. Let them rollen. Okay. Ist er da? Ist er da? Oh, er ist runter. Oh, er ist despawned. Okay, gut. Okay, okay, das war nicht gut. Aber trotzdem wäre es zum Glück des... Despawned. Ich muss jetzt hier gleiten, weil ich hab jetzt keinen Bock gegen noch zu... Warum einen Gegner zu... Zu... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte, bitte, gib mir das, ja, 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 könnt mir alle rein, gar nichts, das willst du tun, du kannst doch auch gar nichts. Oh, das war eins. Ja, 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 zu spicken, äh, zu, ja, zu früh genommen und deshalb hab ich es jetzt damit ver-schö-e-endet. Ja, 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 ja Nein, 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 sterben? Nein, das passiert bei Himmel nicht. Hoffentlich. Nein! Ich darf den Weg nochmal hier hin, oder? Moment, geht es da lang? Es geht hier lang, oder? Oder? Ist ein Ende. Nee. Vielleicht. Fuck, fuck. Ja! Ich lebe noch! Oh Gott! Okay, jetzt wünsche ich die Spawn. Nein. Ey, was ist das denn für ein Blödsinn? Tut mir leid, dass ich manchmal nicht rede. Ich bin gerade richtig krass verwirrt. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, zumindest starte ich hier. Aber trotzdem, das kannst du mir nicht erzählen. So ein Unfug, so ein Blödsinn. Ehrlich. Das ist nicht cool. Ja, also. Zumindest ist es ja Kramberger, genau wie hier. Und der sollte jetzt hoffentlich despawned sein. Ja, bestimmt. Nee, ist er nicht. Aber hier kann er noch nicht sein. Hier ist, komm, das Ende. Yes! Yay! Ja, die Level hier sind auch länger als das letzte Mal. Die letzte Mal, die war irgendwie kurz. Aber hier haben wir bestimmt irgendwo noch ein Boot Level. Ich hoffe, es zumindest... Es kommt bestimmt so ein... Der Grabenboden heißt nichts Level. Und wird es auf gar keinen Fall leichter als das letzte. Denn wir haben hier jetzt... Ähm... Und jetzt war es nicht mit dem... Was ist das Level mit dem Wind? Ich... Ich glaube, ich... Ich mag mich noch zu erinnern. Doch. Doch, das ist es. Ein Level mit Wind. Das ist es. Ja, dachte ich mir schon, weil es so Wind-Äffekte sind. Und ja, der Wind, könnt ihr euch schon vorstellen... Oh, den brauchen wir. Ach, Rautsorb! Ja, auf jeden Fall brauchen wir den Wind, damit wir das Level aufschauen können. So, es ist der Wind gerade still. Aber gleich... Ähm... Geht er wieder... Ja, es geht er wieder ab. Das ist so Schicksal. Ohne Witz. Kann ja nicht sein. Maaam, tut mir leid. Äh... Ich werde es auch nicht rauskennen oder so, weil ich möchte es schon gerne drin lassen. Ach, dann nicht! Hast du Pech? Dann nicht. Das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die Folge aufzuhalten, nur weil da oben irgendwas ist. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt echt egal. So, ähm... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also ich meine, der Hintergrund ist... Ich fand den... Früher war er nicht wirklich komisch. Er war... Oh Gott, nee, das ist die öffliche, auf gar keinen Fall. Aber der Hintergrund ist jetzt nicht unbedingt so komisch. Vor allem, weil es den ja auch im echten Spiel gab. Also, im Spiel, was sag ich? Im richtigen Film. Da gab es ja auch solche Mannschaften. Aber die waren eigentlich lieb. Und ja, äh... der Film war egal als anders eigentlich und ich muss sie glaube ich befreien schnell bevor der Wind kommt weil der Wind ist glaube ich gekommen oh jetzt kommen die hier zu mir das mag ich ganz und gar nicht nein 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 das ist nicht toll oder nein 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 fuck da kommt Wind kommt der Wind kommt nein 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 ok ich weiß wie ich das machen muss muss mich hier beeilen ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell richtig fuck und da muss ich dann rennen nein oh ich hab keine Ahnung ob ich das machen soll das muss nur so das muss nur funktionieren bitte bitte yes ok es hat was bewirkt zumindest etwas oh nein oh ja jetzt kommt der Wind wieder das ist nicht so cool nein 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 das ist es auf gar keinen Fall nein 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 es war auch nein ich kann nicht um mich richtig krass rum kann das sein es regt mich nur auf dass ich da jetzt wieder am Anfang bin ey mann ich glaube wir gehen sogar vielleicht einen anderen Weg ach man das ist das Level das ist einfach das Wechsel glaube ich von allen also wenn die anderen auch noch Wind haben dann ja willkommen in der Welt wo wir zwei Parts Brautstein brauchen in der letzten Folge letzte Folge da haben wir einfach den Boss der letzten Welt und ähm ah hier sind wir jetzt wieder ok dann war das ja gar nicht so weit wozu das hier da ist kann ich nicht sagen komm schon komm schon komm schon ok 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 jetzt da egal egal schnell schnell bitte 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 der Wind kommt der Wind kommt yes ok nice ok 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 ja gut jetzt warten wir hier diese Broste kann ich schneiden dann bin ich schon wieder hier schöne Ausrede Maik so jetzt diesmal warte ich warte ich und dann oh fuck der war ja auch noch was ein sogenannter Wind den gibt es ja auch noch so schnell 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 ok 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 Kontrollpunkt nice Checkpoint ich weiß auch gar nicht ob es den Kontrollpunkt in jedem Level gibt also den Checkpoint halt bin ich mir echt gar nicht sicher oh die Stelle die kenne ich oh da müssen wir jetzt rüberfliegen oh das wird so ein scheiß wird das jetzt und jetzt wenn er aufhört müssen wir jetzt müssen wir dann da rüberfliegen oder oder brauchen wir die Hilfe des Windes ich weiß es gar nicht mehr nee kann ja gar nicht sein du kannst ja gar nicht mehr rüber hm 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 nee du musst dich da nicht dran du musst dich da nicht dran stoßen lassen ja nein fast aber so geht das aber genau so geht das genau so geht das und hier oben geht es auch weiter das weiß ich das weiß ich ich bin wieder zu 99,999999 helfe 60 ja ok was auch immer das jetzt war äh du leid oh hier müssen wir uns rüber belassen lassen so nicht das ist doch logistik nein ist es gar nicht nein ok 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 das habe ich das habe ich nein nein hö jetzt jetzt ok ok ich weiß wie sie machen ich bin einfach nur ganz schnell rüber gesprungen wie aber ja wir sind durch also mit der passage zumindest oh jetzt dürfen wir das nochmals ich weiß auch genau wie das funktioniert einfach also ja oh als ob als ob jo chillt 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 mal chillt mal chillt mal chillt mal oh ey jetzt bin ich aber das ende jetzt jetzt aber das oh oh jetzt kommt noch so was zum mindest hilf mir ja da wind auch wenn ich oben hätte lang müssen egal zumindest bin ich ja gleich mal endlich du 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 ich hoffentlich yes yes ich bin durch geil endlich ein blog freigeschaltet jetzt sind wir hier im dritten stufen der freiheit freiheit ist ein gutes ich brauche denn ähm das haben wir nicht ach komm ich dachte ich ich kann man ja ja ich schaue noch mal von vorne das bringt jetzt eh nix mehr wenn ich jetzt so anfange ich meine ich finde das ist nicht positiv wie so ich meine ich werde eh noch mal vergessen aber wenn ich jetzt weil ich da vorne bin dann werde ich es nicht machen also tut mir leid falls ich das so schläft ich könnte dir mal gerne in den kommentern schreiben ob ich es auf jeden fall verlassen soll weil.. das ist nicht nur gut oder ich soll es auf allgemein lassen nein 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 wie viel die wolme这样 beverς peace in einem durchlauf machen das Rückıyorum krank alter übertreibt nicht also das finde ich jetzt persönlich ziemlich ziemlich krass krank ok ok muss auch aufpassen dass ich nicht runter falle das wäre auch ziemlich epic das wäre nicht sehr schlau und auch nicht sehr günstig tut leid warum sag ich immer was ist was ist mir los was ist mir los ist einfach mal ein bisschen mehr commentary heißt richtiges commentary also liebe Zuschauer wir sind hier gerade bei Spotshop der Film und wir sammeln hier gerade diesen nicht ein diesen aber den sammeln wir jetzt nicht ein das machen wir gleich wenn der Wind wieder in die andere Richtung geht in diese Richtung genau den haben wir gerade richtig geskillt falls es das Wort geht wahrscheinlich und den wir im Schnitt jetzt lassen wir den von dem Wind wegblasen und warten bis wir da hoch können denn da oben geht es weiter ja ob es mir glaubt oder nicht ähm achso ich mach's ja schon die ganze Zeit oh Gott nein nein ach was ich hab hier noch was will der ich hab hier noch getroffen was okay okay spiel okay da zählen wir jetzt davon mal schon aber sonst nicht oder was ja genau macht Sinn ja oh ich warte lieber auch wenn er jetzt wieder der Wind kommen sollte kommt er eh wieder ja oder ja ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen damit ich die kommentieren kann ähm denn das level das würde jetzt bestimmt jetzt gleich zu Ende sein oh hier geht's runter oh hier geht's runter oh was ich hab schon gesehen es kommen diese diese Felsen gleich wieder das ist der Checkpoint die wir die Checkpoint ich glaub mich ruhig auf den Checkpoint Dankeschön oh da unten stellen wir uns jetzt sind wir wieder unsicht äh unbesiegbar aber wenn wir getroffen werden vom Wind dann also nicht von getroffen werden aber in der Wind Bläsern bringt das trotzdem nichts denn wir sind trotzdem noch ähm naja das bringt halt einfach nichts ja ja genau genau so läuft das Spiel und die Musik geht nochmal auf den Wunder los hier wird's nochmal eingesammelt jetzt geht's auch nochmal los und jetzt kommt der Wind wieder und das bringt mir aber aber dafür ich mag die Musik und ich mag es auch dass diese Scheißversen mich nicht schütten können und auch mal auch wenn es hier komisch vorkommt das sieht aus als hätten die einfach Copy and Paste gemacht äh na 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 aber egal wir sind gleich du 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 wenn kannst du bitte aufhören bitte Dankeschön Dankeschön das aber nett so und durch bitte nein doch nicht noch nicht noch nicht noch nicht komm schon komm schon nein 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 da wirst du den Popo die nach unten bewegen schnell wie hoch geht das als ob als ob ich jetzt ja das wäre richtig richtig scheiße und dann müssen wir hoch fliegen oder so ein scheiß rüberfliegen nicht perfekt es war nicht perfekt aber es sollte ausreichen ausreichend bitte ich hoffe ich kann mir ja mal sagen ob du eigentlich probleme hat es mit dieser welt oder allgemein dieser graben war keine herausforderung für zwei so männliche männer wie euch pet lasst uns keine zeit verlieren wir müssen die krone holen und die stadt retten genau das müssen wir und ich würde sagen wir werden mal hier die folge und machen dann beim nächsten mal weiter nächste woge wenn wir dann endlich das level sehen welches ich worauf ich angst habe das kommt dann wahrscheinlich nächste woche auf jeden fall haut rein und die können irgendwo klicken und dann habt ihr spaß haut rein und ciao dann